Warum müssen wir uns nicht mehr klein haben? Ah ja Das ist aber nochmal eh in den großen Raum, ich hole mal die Oars von unten nach oben Ja Äh, da müssen wir aus den Kisten... Ich hab noch sieben Kisten im Eventar Center, ich dachte, du wolltest das Holz abbauen hier Hm? Ich dachte, du wolltest die Bäume abbauen Ja, mach ich gleich Einen Moment Ich hätte zwischendurch noch was anderes gemacht Oars sind oben rechts Achso, ihr habt erstmal alles reingeschmissen, ne? Ja Ich, was, das Oh, wir haben hier, ich hab, ich hab ein... Ah, wir haben ein Beta-Barrel haben wir hier Naja komm, dann schmeiß ich auch erst alles rein und so rum jetzt Ähm, Schaf, wo war das? Alles was Oar und Ingot ist, wird jetzt mitgenommen Das war... Silverfish Ja Und... Die unendliche Wasserquelle Haben wir Ja, der... Tinten-Fisch Die Trophäe doch Achja Stimmt, ja Aber wir haben auch hier so'n... Tank, wo genug reinpasst Ja Ähm, Pulverweiser haben wir Ja, die Questen müssen wir auch noch machen dann Mit dem Pulverweiser alles Ja Ähm... Okay Ach, ich muss erstmal reword alles, ich muss erstmal mehr Rewind Vor allem müssen wir endlich mal das Armee-System so langsam dann... Weil, wenn du die Ketten findest, wo auch schon was drin ist Und Stuff Beanhive Und Foers Ähm... Beanhive ist uns okay Ich freu mich schon wieder auf Bienen Okay Erstmal alles unten hier rein Ähm... Disketten Disketten packe ich unten rein In den kleinen Raum Okay Also wo wir mit dem Ele... Wo wir mit dem Elevator runterkommen Mh... 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 So, Ors und dem Zeug ist jetzt alles hier Biosphäre Mining Ich hab in die Kiste unter die Orsse so die ganze Sachen Kohle, Diamanten und diese ganze ist das Ingezeug so drang, ne? Mh... Ähm... Was soll das beim Tauschen hier? So, was wollen wir noch zu machen hier erstmal So, weil ich hier... Ich will aber nicht da hinten hin, da kann man so leicht dran schieben Wo hinten? Ja, wo wohl? Ich hab keine Ahnung Wie der, was bräuchte ich denn hier für ne... Spitze? Ja, für die Sattelaufgabe Ja, ich weiß doch wo du meinst Ja, doch Verarsch dich doch nicht Ja, würde ich nur verarschen Mh... Quarz-Challenge? Quarz, wo kriegen wir den Quarz her? Das ist ja meine Ebene Ja Des... Die haben wir grad noch gar nicht Doch, die Mining... Die Light haben wir schon Vergesst es auch Aber euch... Ja... Das gedenken, dass ihr jetzt den Raum weg macht, ne? Warum? Wo ich da grad drin bin Tschüss In dem Großen bist du? Fick dich Flash Bist du in dem Großen drin? Was willst du im Großen? Was macht der da? Mach der da Na, was? Oh... Hat jemand noch ne gute Spitzhacke? Guck mal unten in dem Ding ins... Wo ist denn das Ding überhaupt? Oh, ich brauch Erde... Männer, ich brauch Erde, ich komm nicht weg hier Wo bist denn du? Ja... Unten Ach, unten Ach, unten Glöck's 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 Ich schütte Rinte Komm schon, Mom Ich beeil mich ja, was passiert Jetzt Aber nicht bei Centros in dem Großen Raum gehen, ne? Warum? Du musst durch den Elevator gehen Ja, ich brauch doch erstmal Blöcke Haben wir oben schon Jetzt wie ich da unten schon Oh, ich komm hier nicht raus So, 42 Oh, wie hier wieder alles voll ist, ne? Bist du grad bei den Mobs, oder wo? Ja, da drüben, ja Ja, ich bin grad bei den Mobs, natürlich Ich bin ja nicht da dran Achso Du willst denn die besuchen und so Hallo sagen? Ja, klar So, Moin Die Sache ist ja, wir brauchen ja die Sturbein Ja, und da drunter sind auch Pferde Hi, Data Wie die alle runterspringen, Idioten Danke, Data Bitteschön Was mit dem Ohr? Ja, kann ich nicht abbauen, oder? Kannst du das noch abbauen? Ja, super Ja, super Dirtcreeper Wir sind da wieder Hey, tschüss Oh, Scheffskelett Oh, da ist ein C Ja, da haben wir wahrscheinlich schon draus Okay Hier, hier, hier Normalerweise ist doch nur die Sache, ich muss da ja nur hin, ne? Jaa Oder? Keine Ahnung, lese doch mal Ja, ich muss das ja nur angucken So Deswegen mach ich mal gleich ein Selbstmord-Command und ich leg mal meine Sachen kurz weg Weil dann haben wir das nämlich auch Äh, it was nice to finally see an animal after spending two years Ah, okay, ja Ich glaube, du musst es nur angucken Ja, deswegen Selbstmord Hm, Essen, 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 wir bräuchte denn ein Holz Wo willst du dabei jetzt? Ja, ich tu mal grad das Holz hier holen und mach ne Essenskiste, wo noch das ganze Essen reinkommt Ja, mach mal Ja, mach mal Okay Wo bin ich denn lang Ich geh mal grad hier diese Kiste ausräumen Die hier irgendwo stehen Äh, die steht hier oben drauf Waaah Wo kam die denn her? Ja Der hätte dich wohl zerfetzt Welche Mobs? Von ganz weit her Hier, hier war falsch Oh ja, hier einfach so Oh, hier ist auch falsch Das ist auch falsch, da auch, da auch, da auch So, wieder vier Kisten, was machst du da? Ich hab mir grad 54 Magenta Wool Ach, war da ne Kiste oder wie? Ja, die hab ich gesehen von oben Ich hab jetzt ne Essenskiste aktiviert Aktiviert? Ja Und direkt wenn da noch Aktivated Yono Modus aktiviert Sugar Hast du die Quest geschafft? Ne, ich kam da raus und dann waren die schon da Deswegen Wie die waren schon da? Enderman Welche Mobs So Ich seh das von hier oben War ich das? Nein, da kommst du nicht hin Ich glaub wir müssen die ja später machen, diese Quest Okay Jetzt müsste die gehen Hier könnten wir ja auch mal kurz gucken Nö Doch Visited Ich sag Ich sag Ich sag ja 5,0 Du brauchst, ach wir brauchen 10 Äpfel Einen Apfel hab ich in der Kiste irgendwo getan gehabt Wir haben unten welche, das weiß ich Ich geh mal da runter Ach vielleicht baut jetzt die Bäume ab Ja ich hab ne, ne Dia Axt Ah ne Dia Ich will zocker Ach äh Mensch ne Dia Axt So Achst 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 Ähm Wo ist denn der einzelne Abflüge gewesen ist? Ich hab ne Kiste, ich hab ne Kiste Hier, hier am Ecke Hier ist Essen drinnen Ja aber wir die generell erstmal für die Quest brauchen Ja dann tu die doch da rein Dann lass die doch da drinnen Ich hab auch noch zwei, ich komm im Moment Mach doch, selber I'm coming home, coming home Du kannst dich selbst riechen Manuell Submit machen Ist auch gut Ja, wirklich Manuell Submit 30% Manuell Hast du drei Abstand gemacht Centus? Jaja Zwei frei oder drei dazwischen frei? Drei dazwischen frei Das passt vollkommen Du hast eben Apfel aufgesammelt Ich weiß Sogar zwei 15% Ah ja drück Ähm Die andere Quest ist auch mit den zwei Leben ne? Fertig Achja du bist ja gestorben hast ja recht Nimm mir die Coins Ja Ich wollt grad sagen Nimm mir die Coins Und ein Leben So Ähm Sollen wir die Coins nehmen alle? Ja Und die Leben aufstehen Oh ich hab Rosen bekommen, alter ist das deren Ernst Ich hab 10 Dropper gekriegt Alter Ähm Was hab ich eigentlich für ne Bag Die Basic Du added one to your total life You have 4 Remedial Ich hab 10 Leder bekommen Ähm Wir können die Sidequests Sidequests Okay Ähm Ist das Ägypt Sandstone Ähm Ist das nicht in diesen Biom Dingen drin? Ja Soll ich das mal lagen gerade? Oder bist du grad da? Warte ich komm gerade raus Warte mal Warte mit da unten sind da noch Sachen drin oder? Ja Ja Lass uns mal eben gucken was da noch Sachen drin sind Oder ich guck mal eben was da noch wichtig ist Ja ich komm mit Ja Können wir mal ein bisschen unten noch Raussch